Ich mach da ja auch. Du kannst aber nicht die Party gewinnen, wenn du nix machst. Auch ich hatte ja meine Tiefpunkte, den ganzen Partys aber mitgemacht hab ich dennoch immer. Trotz, dass ich mitgemacht habe, hab ich nicht gewonnen. Weil das Spiel lächerlich ist. Ja, das ist aber dann noch doppelt so viele Punkte wie ich. Trotz, dass ich mitgemacht habe, hab ich nicht gewonnen. Weil das Spiel lächerlich ist. Ja, das ist aber dann noch doppelt so viele Punkte wie ich. Ja, das ist aber... Gute. Ja, ich habe das... Überrascht. Ja, ich habe mein Geist. W-nieuhe! 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 BAM! Aber nichts passiert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oder 2, 4, bei beiden lande ich auch eine Coin-Kapsel. Da ist der Stern, also gehe ich auch da lang. Kamek. Bitte setze deine scheiß Kapsel nicht ein. Bowser Jr. Oh, 10 coins. Und wie der noch da diesen Duck-Ding macht. Weiß ich nicht mehr, ich weiß nicht wie es heißt. Okay, er wirft die Kapsel. Nice. Damit ist eine weitere Gefahrenquelle eliminiert. Und tauscht mit mir die Kapsel. Was weiß ich mal, was das für eine Kapsel war? Ah ne, das war Kamek. Der bringt aber nichts, wenn es sonst keinen anderen Kapsel gibt. Und das von diesem Minispiel lautet... ... 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 2 Runden Chen Chong Kapsel Was ist denn, du hast eine fucking Chen Chong Kapsel? Was machst du mit der Maus? Was weiß ich, wo ist sie überhaupt? Ach was wird das? Ich schaffe noch 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ist gehoben da Und Welche Kaksen gibt es ja? Das ist auf jeden Fall die gelben Immer noch Man find's so dumm, der dir den Sternkronen Und du hättest du dir den Sternkronen Und du hättest du dir den Sternkronen Gewonnen Wir haben wirklich gewonnen Ich mein, der hat keine CoinState-Gute Ja, nicht gerade auch Jetzt kommen wieder diese Schorne Oh ne Du zockst ihn die ganze Zeit an deinem Phone Also was willst du? Also nochmal so Ich hatte auch mal zu den Sternkronen Bock auf Mario Party 7 Folgen Mitgemacht hab ich aber dennoch immer Ich weiß nur was am Rand anmerken Irgendwann, ja Ah, bist schon wieder mit der Bitch im Team? Na toll Untertitelung. BR 2018 Handy. Popas. Ich mach nicht. Und was ist der Grund dafür? Man kann auch Mieten übertreiben. Ja, raste. Stopp du willst aber nur verlieren, aber anstatt nichts zu tun, nimmst du so, als ob du kacke wärst. Komm, springen, da schaffen wir noch. Boah, bist du scheiße, Alter. Bist du scheiße oder nett? Na egal, neuer Rekord. Ne, egal, neuer Rekord. Weil Lia sieben zwei Jahre mehr hatte, wird das immer gewertet, aber weil sie C Plus zählt's nicht. Was machst du hier? Nichts. Guckst du mir meine Parts an? Ja. Du kriegst alles, was in der Koopa Bank so drin ist. Also nichts. Ist doch geil, oder nicht? Die ganzen Bob-Oms drohen zu explodieren. Okay, es kann zu Chance-Time kommen. Ist klar. Ist klar. Ja, moin. Ich will jetzt hier nicht gerne diese Kapseln verwenden, aber ich will nicht. Doch, ich will. Nein. Gott. Doch, jetzt muss ich auch noch weg. Auch zu den Knechten. Doch, jetzt kommt der Knecht auch noch zu uns. Oder zu mir, na toll. Aber da kann man nicht in den Sternen stehen. Das ist schon mal sehr positiv. Der Rest ist mir auch eigentlich ziemlich egal. Ja, wie gesagt, ich hab die Chance im Kapsel. Und natürlich hab ich nicht vor, sie einzusetzen. Ja, klar. Was hast du ihm Böses angetan? So langsam kann auch so Spendor... Da braucht man uns auch nicht zu wundern, wenn man dann alles verliert. Ich glaub, der ist einfach satt, dass du die ganze Zeit Daisy beleidigst. Denn... Du weißt schon, was Bowser und Daisy so machen. Kannst du dich glauben, aber Bowser Jr. ist noch im Rennen. Oh mein Gott. Ich bin mal echt auf die Ergebnisse gespannt. Wie viel Runden noch? Ich glaub, zwei. Der ist ja vollständig nicht wie der. Ja, oder drittletzt, das weiß ich nicht. Diffuse or lose? Ach, glaub mir. Ne. Ne, das ist echt gar nicht. Wie ist denn? Ist da? Ist die Daisy dumme im Hirn? Ich glaub, ich bin dumme im Hirn. Wie dumme ist die Dumme? Einer mehr. Okay, aber ich bin gerade auch nicht besser. Wie ist dein Jeppard? Wir haben verkackt mit dem Daisy. Ja, meintest du unser Platz? Ja, lol. Nein, unser Platz wegen dem fucking Daisy. Wie dumm ist die, Alter? Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das knapp. Oh, oh. Was ist Daisy? Es genügt. Was ist Daisy? Das ist dumm. Und? Ne Schlampe. Das hab ich nicht gesagt. Es ist letzte Runde. Oh nein, wie sag ich das? Na ja, seid ihr nicht viel verändern. Was machst du denn? Jetzt will ich mir, dass die Maus im Bildschirm ist. Was bringt's die? Komm, Leute, guck mal das an. Hier ist die Maus. Ja. Und da ist er weg. Welches Deo benutzt du einen? Auf jeden Fall die Steins. Als ob. Jetzt kann doch Daisy die Party hier gewinnen. Unverdient. Ja, schön weit weg. Was? Äh, bitte setz dir ein. Komm. Warum, du Arschne? So, das letzte wenn ich mich will, ich auf jeden Fall nicht mit. Ja, weil ich Chancen mich einsetze, ist doch mühbelassen, wenn ich die Kapsel habe. Eine Person checkt nicht, dass sie mich nicht anrufen soll. Ich habe mir noch genauestens gesagt, ich bin bei einem Freund bis ca. 5.15 Uhr. Wie nennt man diese Person? Innerlich stumpf, gell? Ja. Ha ha. Was hast du da verloren? Nix. Wie du schon alles einpackst, um zu gehen? Ja, weil ich das eh nicht mehr gewinnen kann. Und ich will auch nicht mehr das Ende spielen für mich. Also tut es jetzt hier schon vorzeitig schon jetzt quitten. Ja, wie in Minecraft. Bro, wenn mir die Spiele nicht passt. Wie in Minecraft, wenn mir die Spiele nicht passt. Von, das Spiel hätte ich nie in dem gewonnen. Leute, achtet mal auf mich, wie brutal gut ich bin. Guck dir das mal an. Ich suche schon beim letzten Jahr. Ja. Schau mal, es geht. Aber jetzt habe ich leider ein bisschen Pech. Alter, wenn du Pech hast, vergess es. Ja. Das habe ich schon gewonnen. Jetzt kommen wir zu den Ergebnissen. Zuerst die Sterne. Jetzt die Sterne. Leute, ich habe verloren. Bis dann. Ich bin raus. Ich bin raus. Schau. Die Sterne. Und ich bin raus. Das steht mir gera disappear. Dass das nicht meinen Fehler nicht was hat, Building. Das ist nicht eine sequenziale Senkung. Es ist ein kleines Lebens intervention mit in den Sevent. Und es geht inventory, das ist dieseια Erfahrung gut. gewinnen sommer im Endeffekt auch aus dem Endeffekt aber es lag daran weil der kommt dann sehen wir gleich ob das was verändert hätte ne auch selbst wenn dann hättest du ja drei Sterne dann hättest du es immer noch letzter Jo Freunde ich bin raus bis dahin und Minispielsterne ich mein selbst Bowser Junior war immer noch viel besser guck dir das an Daisy Alter war ich scheiße ich hab mir Daisy voll gut vorgestellt ja und hier auch geil einfach jeder 120 außer Daisy mit 100 dann Eignis Bowser Junior Koopa Kid somit bänden wir diesen Tag und das ist die Grafik die ich viel zu schnell weg es gibt habe na so schlimm war es nun auch nicht Jo Leute dann möchte ich mal sagen bis dann und ciao tschau Leute chau ja 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 Vielen Dank.